Die Berliner müssen sich noch eine Viertelstunde gedulden. Bei Ihnen läuft das Glücksrad von 18.30 Uhr bis 19 Uhr und jetzt viel Spaß. Hier ist das Glücksradstudio von Sat.1, hier aus den Hafens-Gesee-Studios in Berlin. Herzlich willkommen Ihnen allen und hier bei uns im Studio und natürlich bei Ihnen zu Hause. Heute dreht sich zum ersten Mal hier bei uns das Glücksrad. Wir, das sind Maren, unsere und natürlich auch Ihre Glücksfee. Mein lieber Kollege Peter. Guten Abend und mein lieber Kollege Frederik. Und nicht zu vergessen, Hans, die Stimme. Viel Spaß und viel Glück. Ja, damit Sie gleich mal sehen, wie unser schnelles Spiel um Worte und Gewinne hier bei uns funktioniert, fangen wir an jetzt. Hallo aus Berlin. Hier ist die neueste Spielshow von Sat.1, hier Glücksrad. An jedem Wochentag, ab heute, können Sie hier glückliche Gewinne erleben, wie es im deutschen Fernsehen noch nie gegeben hat. Preise im Gesamtwert von 87.490 D-Mark drehen sich auf dieser Glückspalette. Zum Beispiel dieses klassische Tafelservice Ritmo von Eschenbach. Streifendesign und Flötenmuster harmonisch kombiniert. Und damit es beim Café keinen Stilbruch gibt, stellen wir das gleichnamige 15-teilige Café-Service gleich mit dazu. Gesamtwert 690 D-Mark. Oder zum Beispiel diese Minolta Dynax 7000i für 1200 D-Mark. Die Spiegelreflexkamera mit Chipkartensystem für noch kreativere Aufnahmen. Oder lieben Sie es eher sportlich. Partnerlook auf vier Rädern, wenn er mit ihr und sie mit ihm. Mit diesen Kettlertown- und Countryrädern kommen Sie buchstäblich durch dick und dünn. Zusammen 1700 D-Mark. Und hier ist er, der super Hauptpreis im heutigen Glücksrad. Der neue Volvo 440. So wie er hier steht, kostet er sage und schreibe 34.650 D-Mark. Komfort für höchste individuelle Ansprüche. Der neue Volvo 440. Das Spiel kann beginnen. Heute mit Frederik Meissner. Danke, Hans. Tja, wie könnte man diesen Moment besser feiern als mit glücklichen Menschen? Kommt aus dem Bereich Redewendung. Wer von euch sagt mir die fünf Konsonanten? Markus, bitte. R, ein, L, zwei, D, drei, T, vier, noch ein, noch ein, noch ein, S, S. Und die Petra sagt den Vokan? Ein E. Wir schauen jetzt nach, wie viele Treffen ihr gelandet habt. Acht, neun, zehn, elf, ja guck mal. Peter, Markus, 15 Sekunden. Toi, 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 ab jetzt. Liebe ist der Herzen. Liebe ist der Herzen. Petra, Markus, wollen wir schauen, was es gewesen wäre? Was war es denn bei euch? War es denn nicht bei euch? Liebe auf den ersten Blick, das wäre es gewesen. Es kann nicht traurig sein, ihr habt 5.150 Mark gewinnen können und tolle Preise mit nach Hause nehmen können. Ich hoffe, es hat trotzdem alledem Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ihr bei uns wart. Das war es auch schon mit der ersten Sendung Glücksrad. Ich bitte doch noch die Maren zu mir und hier kommt sie auch schon mit einem wunderschönen Blumenstrauß. Das war es auch schon, erste Sendung Glücksrad hier in Sat.1. Danke, dass Sie bei uns waren. Es würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um die gleiche Zeit, 18.15 Uhr, von Montag bis Freitag. Tschüss und Servus. Wenn Sie sich als Zuschauer am Sanella Glücksrad beteiligen wollen, schreiben Sie an. Initiativmedia, Kennwort Glücksrad, 2000 Hamburg 777. Und denken Sie dran, dieses war der erste Streit, doch der zweite folgt morgen zugleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.